Ebenfalls mit der Losgruppe 1, Aufbruch zur Jagd, Hirsch tot, Hasen tot, Jagd vorbei Halali und zum Essen. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Ja, vielen Dank der Bläsergruppe des Jagdclubs Mein Taunus unter der Leitung von Herrn Detlef Holzhauser für eure Vorträge. Jetzt habt ihr den Tag vor euch. Es gibt jede Menge zu trinken und zu essen. Ich wünsche euch einen schönen Tag in Brandenstein. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Wir unterbrechen jetzt für eine Viertelstunde und es geht dann weiter mit der Klasse A, Hegering-Milter-Einen, das große Freie, Klandorf, Hubertus-Gießen, Hillerse, Hamel-Permont, Peineost, Hegering-Kronsberg, Duderstadt und Gelnhausen. Aber zunächst einmal.